Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Back to the Future The Game in der dritten Episode Citizen Brown. Tja, was haben wir denn in der letzten Folge noch einmal gemacht? Wir haben einen Zettel bekommen von Lorraine, also praktisch von der Mutter von Marty. Und diesen sollen wir jetzt irgendwie zu dem Vater bringen. Ähm, ich denke mal mit dem Elektroauto sollten wir, glaube ich, dorthin, oder? War das so? Ich glaube. Schauen wir mal. Well, it's not the truck, but I guess it'll do. Cool. Da gab's kurze, kurze Frame-Einbrüche, warum auch immer. Alter, wie sieht's denn da aus? Natürlich werden wir... Ist das illegal? Was ist illegal in Hill-Val? Shhhhhh, was ist Citizen Brown's watching? Don't worry, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein Pieping Tom. Ah! Dad! Versuch, deinen alten Mann die nächste Mal, okay? Er ist ein Pieping Tom. Das hat er doch, glaube ich, im ersten Film, glaube ich, auch gesagt. Mein Vater ist ein Spanner. Martys Gitarre. Hey, was macht meine Gitarre hier? Was? Deine Mutter und ich haben dich überzeugt, dass du es aufgeben hast. Erinnerst du? Rock'n'Roll-Musik ist von der Brown-Administration. Es ist ein schlechtes Beispiel für alle Kinder, die dich als ein Modell der Studie und Moral-Gravität. Und auch, du bist nicht sehr gut. Was? Okay, beide, sie gibt mir die Gitarre. Das ist meiner. Mein Schaats. Komm mal, Dad. Ich brauche diese Gitarre. Gib mir einen guten Grund, warum ich es dir zurückgegeben würde. Weil... Weil ich spielen kann. Rock'n'Roll ist meine Bestimmung. Musik wird dir gut tun. Ich muss Jennifer beeindrucken. Äh... Rock'n'Roll ist meine Density. Ähm... Destiny. Destiny? Was würdest du über Destiny wissen? Jetzt schau mal auf und geh zurück zu deinen Studien. Wieso springt eigentlich der Zeiger um in die Mitte? Hm. Musik ist gut für dich. Sie verbessert deine mentalen Leistung. Dann zieh das Piccolo. Lass die elektrische Gitarre zu den Rebels und Malkontenten. Wut... Ich muss Jennifer beeindrucken. Natürlich muss ich das. Eine bestimmte Frau mag ich nur, wenn ich die Gitarre spielen kann. Eine bestimmte Frau? Du meinst nicht... Jennifer? Oh, Martin. Warum hast du auf dem kleinen Helion gelegt? Sie hat nichts, aber Probleme. Ja. Ein bisschen Probleme. Und... Besonders... Wie du Gitarre spielst... Du wirst sie nur weiter... Geh auf, Junge. Mach dein Schmerz. Danke, Dad. Das ist mein Schmerz. Es gibt viele wie sie, aber diese... ist meine. Schmerz. Das ist eigentlich eine relativ kleine Gitarre. So, was können wir denn hier noch so schönes machen? Disketten? Achso, die liegen dort. Hallo, Programme. LeBrock 2.0. Anatomische Konstrukte für Wissenschaften allerlei. Boring. Ich würde sagen, boring. So. Hey, George. Dad. Um... Ich habe eine Momin in der Stadt. Sie hat mir gesagt, das zu dir geben. Danke. Sag mal, was gibt es hier? Ah, du weißt, das normal. Keeping Tabs in der Hill Valley, durch meine trusty Bank von Monitern. Always auf der Lookout für ein bisschen interessantes Bild. Um... Aha. Spannend. Interessant. Was bedeutet, Interessant? Was ist das? Was ist das? Ich habe die Dokumente für die Präsentation für die Präsentation von Citizen Browns für über ein Jahr. Ich weiß, dass deine Mutter nicht von meinem Arbeit verliebt. Aber... Warte mal. Du sagst, dass du Lorraine gesehen hast? 11 bis 12 Uhr. 12 bis 12 Uhr. 20 Uhr. In der Soup-Mole-Counter. Cream of Asparagus mit Crackers. Was war das? Du weißt, deine Mutter... Problems. Wenn sie wieder aufstehen, könnte es für die ganze Familie sein sein. Da ist sie. Da ist sie. Die Statue in dem Park. Just like the schedule dictates. Oh, dann ist alles gut. Gut. Unless... Wie war sie, wenn du mit ihr sprachst? Lucid? Sober? Ist Mom die Schnapsdrosse? Das war ja... Im ersten Film war sie das, ja. Ich verpetze Mom doch nicht. Du bist ja vereinnahm... äh, vereinnahmend? Mom ist eine Schnapsdrosse? Woah, Dad. What are you telling me? Are you saying Mom's a drunk? Shh. I don't know for sure that your mother has relapsed into her old ways. But she's been acting very odd lately. Almost as if she didn't like my constant supervision. Confidentially? I suspect she's got a flask hidden somewhere. Probably very near the spot where she's working right now. Do me a favor, son, will you? See if you can warm the truth out of her. She won't confide in me, but she may be... less guarded with you. Double Rations this week, if you help your old man out. What do you say? That's a good boy. Okay, Dad. We need to talk. Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Frag nach Mom. Frag nach mir. Frag nach dir. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Frag nach Hill Valley und seinen... Ach du Kacke. Ja, haben wir ja ordentlich was zu fragen. Dann fangen wir da einfach mal ganz oben an. Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Was hast du da versteckt, als ich reinkam? Hiding? Ich weiß nicht, was du über sprichst, son. Komm, ich sah es. Es war ein Videotapier, oder? Du machst scherzen. Du machst scherzen. Du bist scherzen. Das ist nicht eine Kritik von dem großen Mann, selbst, oder seiner sainte Wife, Edna. Niemand hat es schwerer gearbeitet, als sie, um die größte Techniken der soziale Planung zu unserer Municipalität. Aber... Was? Confidentially? Nicht jeder will das. Ein sehr viele Bürger, vielleicht sogar die Majoritya, aktiviert die Browen-Administration. Sie sagen nicht so publikamente, natürlich. Aber in privaten? Na, einfach mal. Ich sage dir, Bert. Das Regime ist ein Schuss. Sie sind alle lachen bei uns hier in Fairfax. Ein Toast zu Citizen Brown, von seinem liebenden Kurthausch. Er ist ein Schuss. Er ist ein Schuss. Sie sind verrückt. Sie kommen in die Stadt, Leicester? Citizen Brown ist zu geben, eine andere Rede. Citizen Brown kann KISS MY HAIRINGEEN. Woher hast du das Gefühl? Es klingt, dass die Leute nicht zufrieden, was die Browns haben Dundahill-Valley gemacht. Nicht jeder. Nur ca. 50%. Vielleicht 60%. Citizen Brown weiß? Er sollte. Wenn ich ein Schuss aus dem Publikum zu dem Publikum in der Kurthausch. Ich bekomme eine Memo, zu sagen, wie viel Citizen Brown mich für meine Service hat. Aber wie kann er diese Videos nicht tun tun? Vielleicht solltest du deine Fotos direkt zu Brown. Oh, ich weiß nicht. Ich meine, sicher, dass er mich erinnert, zu bringen diese Probleme und mich für meine Service. Aber dann wieder, sie sagen, dass es nicht so ist, zu sein, zu schlechten Nachdenken. Hmm. Ich bringe das Bann zu Burger Brown. Warum nicht, mir die Videotapen geben? Ich nehme sie zu Citizen Brown. Danke für das, Son. Aber ich will dich nicht mitnehmen. Citizen Brown mag nicht, was er an ihnen sieht. Und ich will nicht, dass du den Brunt von seinen Schmerzen bekommst. Nicht die Schmerzen der Schmerzen der Leute auf den Tape. Als sie herausfinden, dass ich sie auf den Tape nein. Ich lasse diese Tape nicht. Es ist zu gefährlich. Okay, also müssen wir die Bänder beschaffen, so wie das aussieht. Und ich denke mal, Doc, also Brown, der wird das wahrscheinlich selber nicht so unbedingt wollen. Ich denke mal, Edna steckt komplett dahinter. Die hat den total unter Kontrolle. Gehe ich mal davon aus, ich weiß es nicht. Frag aber erstmal nach Mom. Ach du Heiliger, wie konnte sie nur so werden? Wie konnte sie so werden? Das ist nicht so, wie sie in meinem, in meinem perfekten Welt ist. Du bist richtig, es ist ein echtes Puzzle. Natürlich wissen wir beide, dass Hill Valley eine perfekte Welt ist. Sie denkt darüber nach, sich beim Bürgerplus-Programm anzumelden. Oh oh. Sie denkt darüber nach, sich beim Bürgerplus-Programm anzumelden. Ist sie jetzt? Du, wirst du nicht mit ihr durchlaufen lassen, oder? Na gut, von was ich höre, ist es eine ziemlich drastische Procedure, die komplett reshapiert das Thema Persönlichkeit. Auf der anderen Seite, und wenn Citizen Brown es empfiehlt, dann wird es eine gute Sache sein. Also ist George eigentlich auf der Seite von Doc Brown, also Citizen Brown. Das klingt manchmal so, als ob er, oh, das war das Mikro, Entschuldigung. Das klingt manchmal eigentlich so, als ob er irgendwie, ja, doch nicht so, und er will alles aufdecken, und andererseits, hilft er ihm dann doch irgendwie? ach, keine Ahnung. Kannst du dich nicht auf Abstand gehen? Kannst du dich nicht auf Abstand gehen? Kannst du dich, das klingt, das liest sich komisch. Du denkst, Mom würde ein bisschen mehr relaxter sein, wenn du ihr ihr nur ein bisschen Platz gegeben hast? Okay, es ist definitiv ein Befürworter von Citizen Brown. Äh, frag nach mir. Ja, es klingt so komisch, wenn das der Vater sagt, wie bin ich denn? Wie bin ich denn? Well, from certain things I've heard, I get the idea that people in this town regard Marty McFly as a, as a what? A nerd. They said that? In so many words. Just because a boy studies hard and gets straight A's and respects the rules and doesn't party or drink or stay out late and is perhaps a bit socially inept and obsessed with personal hygiene and prefers his rubber band collection to... I really don't wanna hear anymore. I'm... proud of you, son. Äh, danke, Dad. Äh, ich bin mal gespannt, ob wir uns noch irgendwie selber begegnen, weil irgendwo müsste doch der richtige Marty dann... irgendwie noch rumschleichen, irgendwie, oder? Ich... Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Was ist mit Jennifer und mir? Ich versuche zu verstehen, warum Jennifer mit mir mit mir in diesem Zeitpunkt... äh... recentemente. Sind Sie noch über diese Frau? Vergiss sie! Sie ist schlechte Nachrichten. Warum haben meine Begründungskameras verletzt, die... sind komplett gegen der Hill Valley Code? Ich will nicht wissen. Sie hat mit anderen rumgemacht. Sie sitzen mit Kindern in Fahrzeugen. Ich hab das gehalten für... ihren Vater's sake. Aber glaub ich, du bist gut von ihr. Hm. Sie hat mit anderen rumgemacht. Es geht später. Ja. Ähm... Was... Wo kann ich mich finden? Ah, siehste? Gute Frage. Aha. Gubisch, dass wir immer nicht da sind. Frage nach dir. Wie konntest du nur so werden? Ja. Wie konntest du nur so werden? Du solltest ein Science-Fiction-Autor sein. Stimmt. Stimmt. In den Filmen, da war der ein Science-Fiction-Autor. Stimmt. Du solltest du... Du solltest du... Ich meine, würdest du lieber spenden deinem Zeit schreiben, sagen... Science-Fiction-Autor? Science-Fiction. Ich habe mich mit dem, aber das war bevor Citizen Browne macht es illegal. Science-Fiction ist illegal? Schi-Fiction? promotet eine unhealtige Obsession mit dem fantastischen und unmöglichen. Und es ermöglicht die Idee, dass es bessere Gesellschaften gibt, als Hill Valley. Das ist natürlich subversive Nonsens. Oh Mann. Okay. Ein anderes Thema. Ja? Ja? Das kommt definitiv alles von Edna. Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Biff? Es geht um jemanden, den wir beide kennen. Ja? Ach du Heiliger. Also wie viele Fragen. Erzähl mir von Biff. Habt ihr Biff letztendlich gesehen? Nicht seitdem er in das Re-Konditioning-Center ging. Ist er zurück in den Leben? Es verpasst auf was du mit mit dem Leben. Er ist wirklich... ... anders, von dem wie ich ihn erinnern. Glückwunscher Hund. In einer Weise, es ist nicht fair, dass Hill Valley's größte Scofflaw sollte die erste zu bekommen die Vorteile des neuen Citizens Plus-Programm. Aber ich weiß, dass ich nicht stolz sein sollte. Ach. Erzähl mir von Bürger Braun. Habt ihr noch Zeit mit Citizen Braun? Na klar, ich bin in der Aufmerksamkeit für jede einzelne seiner öffentliche Adresse. Ein-on-one, ich meine. Oh. Nein. Er hätte niemals sehen einen Sektor-L-Citizen wie ich. Aber ich träume, dass er irgendwann mich für meinen öffentlichen Service erkennt. Und vielleicht lasse ich seine Hand. Hm. Edna. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kannst du mir über Edna erzählen? Frau Citizen-Brown? Oh, sie ist eine wundervolle Frau. Die Leute denken einfach von ihr als dieser süßen, selbstverschützenden Großmutter. Edna? Wir sprechen über die gleiche? Aber wirklich, sie ist nur so als die Stadt wie ihre Freundin ist. Hm. Ach siehste, die Geschwister. Siehst du, die haben wir bis jetzt noch gar nicht gehört, glaube ich, oder? David und Linda. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, ich dachte, vielleicht hast du. Ach, nicht in Zeiten. Wie ich weiß, ist er noch für die große Stadt und sie ist noch in diesem Frauenbordhaus. Ich verstehe nie, warum sie entschieden, Hill Valley zu verlassen. Hm. Warum wohl? Äh, Hill Valley hat viele Regeln. Es ist sicherlich für unsere eigene Gute. Wie kann Küssen verboten sein? Jetzt mal ernsthaft. Ah, die alte PDA-Law. Wahrscheinlich ist es. Und was ist mehr, Verlusten hat eine heftige Lade von Demeriten. Aber du weißt, es ist eine Menge die Leute mit überraschender Regulierung. Ah, danke nein. Was? Schmugge war es schlecht, richtig. Oh man, ich glaube, ich habe so das Gefühl, ob wir die Mutter noch irgendwie aus Schwierigkeiten rausholen müssen. Und, ähm, Dad mehr oder weniger, ich weiß nicht. Also jetzt nicht, äh, also nicht gegen ihn, aber, äh, ich habe keine Ahnung. Äh, haben wir einen Hund? Hatten die überhaupt mal einen? Ne. Das ist Eini. Das war Eini. Das war Eini. Ähm, fragt noch die Welle in seinen Regeln. Das hatten wir schon. Was ist mit dem Haus geschehen? 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 Das ist wunderschön. Danke, dass sie mich hier in den Garten lassen lassen lassen. Ah, okay. Hausstaub mit. Also, äh, wann wird meine Probleme geschehen, damit ich all meine Sachen zu bekommen? Na, die Haus geschehen, sagten, dass sie wahrscheinlich nach heute Abend kommen würden, aber sie sind irgendwie zurückgegangen, also ich würde sie nicht erwartet, bis morgen Morgen. Morgen? Wo soll ich denn sein? Ich habe es alles geschehen, we're gonna camp out back, just like we did, when you were little. Okay. This timeline is officially a nightmare. Oh man. Ähm, wie funktionieren die Monitore? Da müssen wir garantiert auch noch irgendwas machen. How exactly does this setup work? I'm glad to see you taking an interest. Each of these monitors is connected to multiple cameras, of which I've strategically jacked into throughout the valley. With official clearance, of course. I can switch between cameras with these buttons. There's also a VCR for each monitor. I keep a record of everything I see. So, if I happen across something intriguing, I can keep it on file. Das heißt, er müsste das permanent aufnehmen. Weil, wenn du in dem Moment, uh, da passiert was, du drückst auf Aufnahme, dann ist das doch mehr oder weniger schon geschehen. Je nachdem, wie lange es natürlich dauert. So, wie funktioniert der Monitor? Das hatten wir schon bereits. Können wir das Gespräch erst einmal beenden? I'll leave you to your snooping. Supervisor, Supervisor. I'll leave you to it. Right. Hey, ich höre, du hast etwas mehr Damaris-State. Was? Brich ein paar Regeln, du kannst mit Loranes Geheimvorrat anfangen, oder? Oder? Ja, oder was? Keine Ahnung. Okay, wir haben also das Gespräch erst einmal mit George beendet und ich beende auch erst einmal die kleine Folge. Wir sind schon wieder fast bei 20 Minuten. Ja, nicht ganz 20 Minuten. Ja, also die ganze Folge haben wir jetzt mit George gequatscht. Es ist jetzt nicht so viel passiert. Wir haben ein paar Informationen bekommen, haben die Gitarre besorgt und den komischen Zeitplan übergeben. Ja. Ja. Dann würde ich jetzt erst einmal sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn der komplette Kanal euch gefällt. Ihr könnt auch gerne Kommentare hinterlassen. Ist immer wieder gerne gesehen. Und dann sage ich erst einmal, haut rein, fahrt nicht bis auf ein Auto und Tschüssili. Bis zum nächsten Mal.